Illegal kommt Maya aus Mexiko ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich will Büros sauber machen, zusammen mit dir. Das wollen hundert andere auch. Doch hier hat alles seinen Preis. Ich will, ich werde hart arbeiten. Ich tue das als Gefallen für Rosa. Aber ich berechne eine Bearbeitungsgebühr, deinen ersten Lohn. Du musst es ruhig machen, du gibst mir Zeit. Du so, als würdest du tanzen, okay? Das ist dein Mann. Wie heißt du? Maya, richtig? Ich weiß nicht. Maya. Wer zum Teufel bist du? Sam Shapiro. Darf ich kurz reinkommen? Wer nicht in der Gewerkschaft ist, bekommt gar nichts. Die denkt die Spinne? Ich finde sie süß. Und du hältst dich besser fern von diesem Spinne. Das ist wirklich sehr nett von dir. Ich will nichts mehr hören. Du bist gefeuert von sie. Du warst trinken? Ja. Keine Gewerkschaft, verstanden? Wir haben den Sicherheitsdienst und es gibt überall Überwachungskameras. Wenn wir irgendwen erwischen, fliegt der sofort raus. Die gewerkschaftlich organisierten Reinigungskräfte sind alle krankenversichert. Geht hin und sprecht mit ihnen. Komm, schnell. Ich kann das hier nicht tun. Ihr habt gute Chancen. Erstklassige Chancen, dass... Ja, erstklassige Chancen, gefeuert zu werden. Was tut ihr denn da? Bezahlte die Mitte, nirte die Kinder. Ein neuer, außergewöhnlicher Film von Meisterregisseur Ken Lodge. Wir werden uns dachten, dass sie viel stärker sind als wir. Über Zivilcourage. Ich bewundere euren Mut. Ihr werdet ihn noch brauchen. Wenn ihr Rosen wollt, müsst ihr sie euch erkämpfen. Und Gerechtigkeit. Manchmal denke ich, was wird mir die Zukunft bringen? Ich finde keine Antwort. Oh, da steht Verführung. Verfügung. Verfügung? Gut für uns? Ich fürchte nein. don auf, das ist's. Interessiert fate ist's. Ö piel. quatro ents Wayne обще sehr ö Ö uns neben Untertitelung des ZDF, 2020